Jo moin, ganz kurz bevor das Video losgeht, wollte ich mich nochmal für euren Support bedanken. Wir hatten ja einen GIF-Foreil laufen. Die drei Gewinner sind Elia Würz, Matthias Zenz und Elisix. Die sind hier auch nochmal eingeblendet. Guckt bitte, dass eure DMs offen sind auf Instagram. Falls ihr so GIF-Foreils nicht verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke. Dann würde ich sagen, viel Spaß in dem Video. Es geht echt los, ne? Jetzt geht's los. Ich bin nicht so ready. Ja, ich wollte gerade sagen, noch nicht so das Feeling von... Ja, irgendwie ist es noch nicht so ready, ne? Echt nicht, Lebensmann. Hau es mal auf den Tisch richtig. Überleg mal, die sind nämlich 160. Machen Fortnite-Tanz noch in der Base. Mit L4 kannst du Emots machen. Noch einer Default und Main wahrscheinlich. Ja, Default und Main. Main, werf überhaupt drauf. Refuse. Easy, schaff, easy. Zieh durch, zieh durch, zieh durch, ja. Was? Oh. Oh, er lags dadurch die Smoke, man. Schade. Gibt es hier nichts? Ev, ja. Ich glaube, alle fünf, alle fünf, glaube ich. Noch einer. Noch zwei? Drei Stück noch? Einer hat nur Ding, einer hat nur Ding. Warte auf dich, kann Backside sein? Ja, immer noch Backside. Ist noch links, ist noch links. Schöne Runde, Mann. Stivo, Mann. Das ist... Guck mal, da läuft es aber auch direkt wieder in einem Team. Ja, direkt Pause gemacht. Weifass. Zwei Mitte unten, zwei Mitte unten. So war und Jet. Schön. Schön. Kann einer, kannst du Mitte hochkommen? Ja, ich hab... Beine raus, Backside schon. Zwei. Langer, langer Zeit. War von langer, langer Zeit, T-U. Window. Okay, warte, ich hab andere Seite Sicht. Schön, Mann. Nachgezugs. Down. Nein, kommt, kommt, kommt. Mehr noch. Was? Fake vielleicht? Ne, drei noch. Oh, ich brauch so Hilfe, ich bin 1HP. Versuch. Stroh, ne? Lurk gerne Mitte verzögert. Meine hier. Ich wird wallbanked, schade. Schön, Operator. Backside. Ist gespielt, Mann, sauber. Kannst defusen. Operator ist auf meinem Ping. Kannst du mein Elbow halten? Drei Leute da. Drei Leute da hinten. Ich war Dute zu giften, da gleich. Ja. Gefliegt. Backside, Backside. Push dich, push dich. Noch einer hinten rechts, ja. Refrag, sehr gut. Arsch, aufpassen, Hanni. Ja, noch einer an gleicher Stelle ist das dein. Ja, noch einer an der Stelle. Ich flüste den. Wer war... Der andere hat geulti'd gehabt. Ja, beide dann am Spot. Beide am Spot. Nice. Schöne Runde, Mann. Auf geht's, Jungs, Mann. Der, 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 der. Scout und Tube, dead. Bei Mitte, ich hab mehr schon. Oh, fuck. Down. Schönes Ding. Ich drohe in der Mitte. Der ist so close bei mir. Sorry, sorry. Ich hab gerade mal hier noch ein paar. Oben drin, Tube. Kommt hinter euch vielleicht. Tube, einer. Noch einer down, double door. 30 HP. Face, face. Face, 30 HP. Let's have a tube. Ich hab low. Oh, der pushed, die ist ein Bridge. Operator stairs. Nice. Goal. Noch eine Main. Cypher noch unbekannt. Der Cypher war inkoment, ja. So war Main. Oh, schade, Mann. Oh, der lags der Bauch. Das gelagte, der So war. Der war sehr confident. Dossi ist nichts, schön. Dann zwei down. Schön, 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 schön. Wir haben noch einer geteckt. Einer, Piller, Piller. Default in Backside. Default in Backside. Ein dritter Main. Schön, letzter hinten. Ball, zwei, noch einer. Noch einer. Noch einer. In der Kiste. Nice, Mann. Hat der Mutter mal wieder kurz gecheatet hier? Ja. Gut, dass die Viper da geholt wurde. Ja. Mit der Tunnel einer. Ah, ich werde jetzt gebankt, leider. Rechte Seite. Rechte Seite. Ja. Minus 30. Schön. Zwei Double Doss. Egal, gut. Der lenkt ein bisschen ab. Jet ist mitte oben Window. Sky war auf B. Und noch ein dritter B wahrscheinlich. Wind. Wo ist Sky? Sky hat er gerade geflaschen. Die Viper ist super low. Ich kann nicht geält werden im A. Ich habe umgehalten die ganze Zeit, war nichts. Backside. Window down. Komm, wir lassen mal wegschieben. Leider Pyramide. Die Viper am A hat super low AP. Ja, Viper ist Pyramide. Viper A und Zowa war vorhin auch auf A. Der hat eben den Arrow gemacht. Sollten aber nicht jagen, Mann. Er hat keine Waffe. Scheiß auf ihn. Er hält das an. Ich scheiß drauf. Ich scheiß drauf. Erstmal in den Kopf schießen. Perfekt. Ja, aber das ist ja okay. Der kommt hier. Er hat schon in das Spot gepusht, glaube ich. Schön, stark. Wo steht das Spot hier? Ganz im A, ganz im A. Oh mein Gott. Sauber, sauber, sauber. Was auch immer, du da machst, Hami. Nein, ich bin Juga. Ich bin Juga. Ich bin Juga. Der hat nicht viel Space da drin. Base war einer hinten und einer B. Viper main. Oh, Base. Noch einer Base oder Double. Schade, Mann. Nein, nein. Jens, sowas und Viper. Die wissen eigentlich. Die haben es voll auf dem Schirm. Die zieht sich gerade aus. Sky Base down. Nice, nice, nice. Was, Ageln jetzt wieder? Die ultieren jetzt. Ich habe doch einen Kill. Ich ultiere. Nur einer A, nur einer A. Noch einer Pyramide, ja. Oben, West Operator. Nur einer A. Elbow, Elbow, Elbow. Ja, ich komme. Oh, Minus 100 Operator Jet. Immer noch, immer noch Pyramide. Nein. Was? Schade, Junge, Mann. Diese Pisswaffe. Ey, das ist doch lächerlich. Wir pushen Mitte vielleicht. Einer pusht mich hier, Tunnel. Ich bin bekannt. Ich brauche Hilfe, Jungs. Ja, ich habe einen HP. Ja. Cypher, Männer. Jet, Jet noch main, okay. Ihr pusht mich. Einer hat ein Headshot. Ich pushe dich. Kann ich nichts machen. Die hat jetzt einen Operator. Die hat einen Operator. Ich save ihn vielleicht. Nein, er ist raus, Mann. Der Winner ist eh noch. Okay. Dann machen wir jetzt ein dickes Comeback. Auf jetzt. Okay. Noch einer Yellow. Einer Yellow und einer Off. Container. Minus 60. Schön, Runde. Der andere. Da wir auch. Komm schon, Jungs. So, nicht anders. Der Walliner. Yellow, Yellow. War mir da auch ein Yellow noch. War Yellow wahrscheinlich. Eine Hit-Test. Das ist viel unten. Yellow immer noch. Yellow noch. Yellow noch. Und der andere ist, glaube ich, der andere noch ein White-Container. Der hat auf dich geschossen. Beide da. Ich habe jetzt Container. Du darfst schnell machen. Komm. Ne. Naja, ich. Mach schon richtig. Mach einfach. Das ist ja. Kann sein, dass der einfach aufs Line-Up zusammen zurückgegangen ist. Nice. Hab den. Ich habe 1 HP. Er ist da oben. Schaffst du, schaffst du, schaffst du. Jett-Tippe. 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 Suppose habe ich den Three-Track. Ja, Mann. War gut geschmeckt. Jett-Tippe. 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 отлич. Jett-Tippe. Ich drohne hier für dich, sangre. Minsten 2 traps. Die können halt Orange gehen, ne? Einer Ore ist bei mir. Ist keiner mehr. Alle weg. Alle weg. Wäge. Unter taxes. Einer bei mir. zwei. Zwei bei mir. Ich mach auf, Michele. Minus 130, Minus 130. Schön, Mann. Hat die schon mal Sage gespielt? Die ganze Waffe, die haben wir kaputt gemacht. Deiner, Stevie. Zapps A. Kurz, Mitte nicht, slow einmal. Mach weiter. Sage down, Spike hier. Weiter. Ich vielleicht hier bei dich was denn? Rainer down. War wieder auf. Ich muss viel glauben. Nicht peaken, wir haben wir mal. Für euch. Nice. Ihr seid so gut aussehend, Mann. Mittelwall, Smog wieder, Achtung. Einer B down. Einer gesteppt, oben auf Heaven. Ich glaub, sie ist wieder schlecht. Ist auch einer B down? Der ist runtergedopft. Hier ist nichts, der ist aber Rampe runtergedopft. Der ist zwar auf der Rampe hier oben drauf. Okay. Okay, ich geh von hinten. Beide down. Einer tot. Letzter ist gelb. Ja. 10 seconds left. Schöne Runde, Mann. Mann. Holt ihr noch, komm. Einer defuse. Don't revive. Revive im Spot. Hinter uns, Frank. Letzter hinter uns. Letzter hinter uns. Defuse, defuse. Defuse, defuse. Nice, Mann. Ist Poison drauf? Ah, kann ich trotzdem. Ihr seid gut, Mann. Auf geht's jetzt, komm schon. Ich hab Ulti verletzt. Oh, wie so weiter liegt. Der Arme. Ich checke Yellow, Yellow frei. Einer in Kitchen. Wieder ein... Snowman. Snowman, Snowman. Immer noch. Immer noch Snowman. I have the spike. So, schön. Ich lege jetzt hier. Oh, scheiße. Eine Wall geht runter gleich. Das ist schlecht. Halt die, halt die. Nach hinten haben andere. Ja, ich hab nach hinten. Ich hab 1 HP. Viper. Ach, die random ist 80. Die random ist 80. Hammer bei Hälfte. Schnauze, Mann. Sehr starke Runde, André. Äh, André, dass du ihn da hinten holst, Mann. Das ist drin, vielleicht. Ja. One and down. Noch einer. Yellow, yellow, yellow. Reveal kommt. Letz' go, Mann. Auf geht's, Mann. Auf geht's. So gut, Mann. 150 Jahre in der Kombo. So nice. So nice. Das hat nicht mal gelogen, hä? Die war gut, Jungs, Mann. Wirklich. So gut gespielt. Das war ein richtig krasses Comeback. Ich reveale jetzt, Jungs. Ich reveale jetzt, Jungs. ZT raus. ZT ist sogar raus. Schau, Schau, Schau. Schau, Schau, Schau. 2 Garage. 2 Garage. Auch Garage. Der war, ja, links in der Ecke, links in der Ecke. 3, 2, 1. Oh, ich glaube, er ist hoch getappt. Der ist schlecht. Und, 1 E, 3, 2, 1. Super Team. Aber ich hitte euch jetzt ein bisschen. Keiner Plateau. Eine war doubled aus. Down, CT. Kleine, Tor. Lassen Sie sich 2 Ecke nehmen. Lassen Sie sich 2 Ecke. Ich rechte gleich für dich und Dashdown weg, ok? Eine kommt hinter uns. Ich hab den Reveal. Hast du hinten. 2 CT, ich Dash jetzt weg. 1. Einer Dabodoss, die Pushtpflicht. Die letzten 2 CT. Der letzte Seite. Der letzte Seite. Impact. Die, zwei, zwei. Dabodoss, einer? Schön. Dabodoss, rechts. Down. Sehr stark, Jungs. Off gehts. Rövele Ecke euch. zehn sekunden jungs haben wir jetzt das wort einer hier haben kaputt gemacht die haben drei holt die so war bridge und astra die werden astra und dann super smart gespielt mit der flash der schwede haben sie aufgemacht oder war eine 2 mit raus. Noch 1. Noch 2. Noch 2. Noch 2. Pass einfach kurz hier 20 Sekunden warten und dann holen wir von hier. Naja, lass kurz hier ewig warten. Ah, hier ist links. Los. Go, go, hole dir. Go, go. Nice. Der wird schon hinter Side sein, irgendwo. Ja, jetzt nehmen wir an der Box. Schön. Gegen einen. C-D. Oh, schade. 2-C-Link. 2-C-Link. Hinterm 2 ist der. Nicht ulti. Ja, rechte Seite. Down. Noch einer. Besser drin, mach auf. A-Push, A-Push. Bitte hier, hier, hier. Down Operator. Nee, noch einer. Jet ist hier Operator. Wer kann da gehen? Ich halte, ich halte hier. Double Doss immer noch. 2 Double Doss. Noch einer. Einer gibt Spawn, A-Link. Hast du Mitte? Okay. Musst du dir mitkommen, Spot. Oh, ich werd hier gebankt. B-Link. Down. A-Link. Minus A-70. Ich geh weg, ich spiel dir mit. Sehr gut. Los, rechts frei. Links auch frei. Backside. Backside, ja. Down. Sova, Irold von CT. 30 seconds left. Lege. Lang hinter uns kann kommen. Bitte linke Seite. Böhm, Mann. Auf geht's. Schön geschieden. Schaut hinten. Check mal vielleicht lang oder sowas. Einmal kurz. Sova, kannst du lang checken? Ich smoke dir oben. Noch einer an wem. Boah. Ich hab zwei Eier noch auf dem Side, ne? Die werden einfach gerusht. Ey, Seite, Seite. Die werden einfach gerusht. Wie grausam. Ja, das ist auch vom anderen Level outplayed. Die hatten einfach einen dicken Retake geplant mit Aster und Breedschild und Breed stirbt dann. Aber Jungs, 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 Jungs. Ihr solltet jetzt in der Runde nicht reden. Weil ich hab sie unfassbar outplayed. Steppt einer vor. Warte, ich kann nicht pieken. Die nehmen A mit Drohne ein. Nein. In Full Stand. Drohne das zurück mit Wolf, ja? Ja, ich drohne. Machst du Wolf, oder? Dann Drohne ist besser. Garage. Beach down. Garage, Garage, Garage. Garage, Jungs. Hab ich, hab ich. Ist gar nichts, Marcel. Alles frei. Lang kann sein, oder? Nee, nee, nee. Lang war keiner, oder? Ich seh' gerade nix lang. Ich piek' gerade rein für dich. Ich piek' jetzt mit dir, Garage. Ich halte Garage jetzt. Ja. Dir könntest du die rein sneaken erstmal. Garage, ist einer drin? Minus 100? Minus 80? Einfach rausschleucheln. Schön. Ich hab recht. Links piept. Auf geht's, Jungs. Aber Jonas, Mann. GG, Mann. Du kriegst keine Punkte. Bitte, bitte. Lass mich bitte. Da kannst du noch ulten. Ja, okay, komm. Kann ich noch. Bitte, bitte. Guck mal, ich mach erste Runde. In der allerersten Runde mach ich vier. Und in der folgenden 18, drei. Geil. Noch einen Push durch. Ich reveile bei dir, Andre. Heaven schon. 2 Heaven durch. 3, 3, 3. 3 draus. So war eben kurz rein. Hallo, oder? So ist rechts einer. Oh, komm schon. Generator 2, glaub ich. Einer Main. Geht die auch mal kaputt? Hallo? Eine Main, ja. Bei zwei Main, liegt rechts noch Main und auf Spot. Auf Spot safe. Jen, Jen. Jen, Jen. Jen. Minus 50, Jen. Kannst du Jen springen? Ja. Kannst defusion, glaub ich. Minus 95. Er sieht's halt, dass du nicht siehst. Ja, schade. Oh, Minus 95, Mann. Ja, 0 HP. Aber lass mal bitte zu dritt A spielen. Wir haben einen Alarm-Bot in der Mitte, ne? Wir brauchen da nicht drei. Kommen die drauf gerusht? 2 hier. Ja, sieht so aus. Kommt was? Onside schon? To line, ne? Einer schon Spot drauf. Zwei Stück. Down. Eine Green Box. Komm, ich komm, ich hab Reveal wieder. Ich hab Blow HP. Die schießen aber mein Reveal kaputt, ich muss den woanders hinballern. Bevor ich flashe. Balle den einfach da oben hin, bist du ready? Ja. Ich aim main. Jen jetzt. Die sind alle main, glaub ich. Ja, die haben Multi. Die spielen auf Ulti. Ich mach Hälfte jetzt. Ja, ich kann nix. Zwei, ja. Können wir nix machen. Die spielen nicht schlecht, muss ich sagen. Die haben gute Ability-Timings und so. Der Gameplan ist auf jeden Fall immer A main einzunehmen. Ich hab doch mein Vogel mit Luck geschossen einfach. Ja, ich hab's gesehen, ey. Da warte das nächste Ding an. Och, man. Und ich denk, ich bin Content Creator oder so. Ich mach gar nix. Mann, das ist eine gute Runde für den Hintercreated. Wie viel kommt ihr zu euch? Wir locken schon. Flash vielleicht jetzt? Flash vielleicht? Main auf jeden Fall. Beide main, links links. Brown. Der Blow HP. Kann von ihr drohen. Ich chill hier. Ich helfe dir, komm. Ich helfe dir, komm. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Bleib da. Bleib da, bleib da. Ich heil dich. Ja, ich bin besser. Ja, ich bin besser. Sauber, Junge. Sauber, Junge. Ja, genau. Können sie nicht bangen. Können sie nicht bangen. Die müssen raus. Stairs kommt. Noch einer noch. Let's start is detained. Nee, ist er nicht. Du musst ganz in den Längen abbildern. Bestimmt. Der spielt nicht ernsthaft Leiner, oder? Der Leiner von Mitte, ja. Der Leiner von Mitte, ja. Das ist nicht schlecht, ja, Mann. Krass, gespielt man. Nee. Das wusste ich gar nicht, dass das da durchgeht, dann der Damage. Das heftig. Ist aber bug. Steht im Regelbuch, ne? Einer, wo Locks. Tot. Weg mit dem. Flasher Main. Ich bin fullflasht. Hab dich. Tot. Tot. Steht hier Lester. Schön, Junge. Schön. Böseste. Dead down. Noch einer Mitte, minus 80, und einer Top mit noch. Spike planted. Können eigentlich fast safen. Ja, ja. Schade. Ähm. Nee, nicht. Ich bin so schlau. Der andere sitzt am Spot, default. Ja, aber auch kein Name. Schade. Defenders win. Auf welcher, auf welcher Map? Jetzt? Icebox. Icebox. Es kann Mitte sein, kann Mitte sein. Mitte aufpassen, bitte, Mitte, Mitte. Ja. Mal den Orb, bitte. Ja, ich mach den Orb. Hol den Orb. Bitte, ja. Jetzt kannst du ihn töten. Schön, Mann. Sauber, Sauber, André. Schöne Verantwortung übernommen. Einer geht vor, im Nest. Im Nest. Der ist runter. Der ist runter. Der ist hinter Spot. Der hat, äh. Immer auf Default. Und Close Down. Default, default. Minus um 30. Die wollte immer noch. Ich hab Ulti. Ich Ulti, der muss rausrennen. Ht. Oben dran. Ht. Das war schön auf die Bombe. Ich bin so down gegangen. Äh, hier hol dir den Ulti. Hat von irgendwas für mich? Ich hab schon Ulti. Ja, ja, alles gut. Ich hab die ganze Kehle gesehen. Kopfnuss. Das ist gar nichts. Ich spiel Wile. Ich spiel Wile. Ich spiel Wile. Äh, Armee. Da sind sie. Noch einer. 2 von minus 80. Down. Yellow. Yellow. 140 auf Rainer. Hinter Yellow. Man, beide. Yellow auch noch. Nein. Links rum Yellow. Ziemlich schnell von den End. Problem. Danger. Ulti. Nice man. Gibt's die. Wir werden bestimmt wieder mitaggressiv. Geh mal hier irgendwie hin oder so. Halt mal vielleicht. Vielleicht kommt der Typ runter. Soll ich dashen? Ja, ne? Ja, ja. Go, go. Ja, auf jeden Fall. Links unten. So tot. Der schläft. Vielleicht Yellow. Wall auch für euch. Yellow kann sein. Mach sofort Wall. Go, go. Einer Kitchen. So weit Kitchen. Das war die Sage. Keine Ahnung wo der hingeht. Der gab wo hinten kommt. So war minus 70 hier oben drin. Und eine Mitte. CTR Prater. CTR Prater. CTR. Eine von hinten. Okay. Einer von hinten. 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 Weh schweiner von Jörg. Der andere wollte den arrowcaut schießen aber es ist immer wieder abgeditscht. Geil. Die vibe hat gepickt. Die Baite für jemanden glaube ich. rein dabei die schöne runde das war schön ist aber gut dass die bestellen wir wir haben angegriffen jetzt kommt es ist vorne links im weg dann war eine smoke exite einer so war city für die smocks halten schläge aus wie loben kurz wenn du musst wegen dem busch wenn man einmal ein ap noch hinten der von hinten langen kurz ich habe noch was heute schlecht dann schlechter wenn das rausgehen auf jeden fall ich bin da noch nicht durch die ist doch gut ich dachte wir schlechter ich will hier weg wenn es geht komm rein komm rein hast du auch noch sagt ja gar nichts doch einer wollte hinter uns kommen deshalb weg gerade ich habe ihn gesehen wir müssen aber holen hinter uns ja passt der ist schon short durch der ist schon voll vorlems ist okay wir haben hier alles ich glaube ich bin der ult die wurden so von dem meer gebumst ne das wisst ihr gar nicht die fische sind so ins gesicht geflogen jetzt die sterne hier von mir von mir naja die wissen zahl ich habe nur eine smoke ich stehe hier mech schön schön oh mein gott da war einer hinter dem spot heaven 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 ja peek den ich peek den ich versuch zu legen ich gebe heaven mit operator peek den nicht heaven bitte hinter uns vielleicht achso noch einen pull ich schalte dich zu ich schalte dich zu ich schalte dich zu ich schalte dich zu lass mich rein gehen hast du vorgeführt das spot anbricht heaven heaven nein gar nichts mehr jetzt 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 warte warte ach shit okay mach einfach heaven down vielleicht ah schmerz hinterher von hinten vielleicht muss vielleicht sogar showers für die showers kommen ja ich hab noch hinten kurz will der kommen vielleicht der hälfte vielleicht der hälfte vielleicht der hälfte zählt die raus der sieht gar nichts der hat ein gesicht komm nochmal schön in den sack rein down du bist so gut aussehend du bist so gut aussehend wir zwei smokes Knife 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 Miss Reloaden. Wir haben keine Lamps im Schock. Wollen wir einen nehmen Lamps? Ja, ich kann nicht zu dir kommen. Eine Lamps. Ich aim für dich. Beide, beide. Noch einer. Nice! Was haltet ihr für Maschinen, mann, danach. Noch einer lang. Defuse mal. Ich muss half defusen. Häusen kommt. Noch einer lang. Und Buka wahrscheinlich. Ich zähle. Beide Lineups gefällt. Nice, mann. GG. Beide Lineups gefällt. GG, Jungs, Alter. Ja, mann, sauber. Endlich, Alter. Leck mich am Arsch. So dicke Eier.